Jetzt kannst du das sagen, jetzt kannst du das sagen Fick deinen Mittag Balle, Uneinverständnis, Polizei, mach mal Bescheid sein Herz Maul Möhe Molotow oder Nee, Borda Hast du deine Mutter schon Bescheid gesagt wegen der Anzeige oder? Balle, Polizei ist offen, du kannst 001 einwählen Oh, du weißt, ich meine, die Nummer vom Polizeihalt bei Fresse Oh, und dann, wenn ich deine Mutter gerade knall, wie soll ich das zu bieten? Deine Fresse, du Schwanz Einmal, du weißt auch, wie das geht, ne, mit Tarnungen Ja, natürlich, Digga Ich hab schon reiche 50 Abschüsse, aber ich musste den MP-Obschul bedienen Easy, Bro Doppelabschüsse, easy, Digga, 8x, bis zu 20 Häls Ja, warum bin ich nicht drin, ne? Ja, wie? Ich bin, ich bin noch im Glob, ich bin, ich bin nicht, äh, Ladebildschirm nix Du bist ja auch nicht beigetreten Hä? Oh, lass doch mal raus, ey Ey, so ein Müll Geh noch mal raus, bitte Ja Na, Schenk Hey, Benner, mein Auge Der Balle, geh raus Balle Ein Kill machen Mit Benner, Junge Ich hab einen Kill Halt, Small Digga Der Idiot, Digga Ja, dort Geh, Geh, Geh Geh, Geh, Geh Geh, Geh Geh, Geh, Geh Geh, Geh, Geh Ich hab grad jemanden so einen Headshot Ich hab dem einen, der hatte den Sniper, ich hatte die MP, Digga Ich hab dem von der 100 Meter Entfernung einen Headshot gedrückt mit der MP, der geht schlafen Hatte Maurice auch schon drin Keine Ahnung wo Jenk ist, da Hey, hey Hey, Maurice Hm? Azed schreibt mich an, Bro, diese Awarie ist das Terror von Alexa, Digga Schab ja Schab ja Schab ja Was soll ich schreiben? Azed, Azed Bull Bühne Bro, wer ist Melo Schumpen, Digga Du feine Ahnung Soll ich schreiben ja? Nein, ich schreib nein Na, ich schreib gar nichts Mein Server soll jetzt sicher als U-Rudum schon mal dargestellt werden Was will er denn machen? Soll er YouTube-Video machen, oder was der Kek? Was sagst du von dem? Nein, Bro, aber der Server ist jetzt schon Scheiße dargestellt, Bruder Und wenn dann noch herausgestellt wird, dass es Alex Hadis als Server sein soll Obwohl der Server jetzt komplett immer runter Naja, das sowieso Naja, Alex Hadis nutzt kostenlose Domains beplaced Hab ich auch mal eine Zeitnahme Ich antworte denen nicht Scheiß drauf Oha, wenn das jetzt echt bei denen so bleibt mit zwei Leuten, das wäre echt mies Ich? Du brauchst immer sechs Leute drin und bei denen nur zwei Wenn ich sag, wir nehmen die auseinander nehmen Wenn ich sag, wir nehmen die auseinander nehmen Bruder, die haben doch keine Leute Aber einen Pfff Die haben nur zu zweit Bro Pfff So, ja, ernst? Bro, schau mal Ich verstehe gar nicht mehr wieder Ja, Digga Boah, wie willst du schwitzen, da nur zwei Spieler drin sind? Ja Boah, wie willst du schwitzen, da nur zwei Spieler drin sind? Ja Boah, der hat mich am Krieg geschehen da drin Ja Eigentlich können wir raus, ne? Ah, ne, wir gewinnen jetzt eh gleich, der wird aufquitten Ja Was ist das für eine Lobby, Digga? Guck, Feindaufgabe Easy win Ja, ey Ey, was ging hier an? Ja, der hat es verlassen Ja Habt ihr gesehen, Leute? Von Pischko, darf man sich nicht anlegen Ich hab Emre Gerne zum Polizieren, Greg Cenk hab ich auch Warte, du kannst doch meistens Polizieren gehen Ich hab die meisten Kills Ich hab die meisten Kills Ich hab die meisten Kills Let's go Auch wenn wir mal Klasse runter Die schnellste Runde Die schnellste Runde Hauptsache, wir sagen noch alle schwitzen, Digga Wie easy Hauptsache, ich sag zu Ich sag zu Emre gerade, ja komm, wenn du jetzt richtig schwitzt, Bruder Dann kriegst du locker drei Level ab mit der Waffe Ich hab einfach sechs Wunsen geholt Super Ich hab nur einen Kill gemacht Ey, aber die Lachmannschaft Ey, willst du mich verhasen? Die Lachmannschaft ist 0,01% bis auf Level 4, Bruder Leg mich am Arsch Mein Level 38 Was ist? Bei mir fehlt auch zu wenig 0,1 damit ich 38 werde Ey, ich meine meine Waffe Level Nicht meine Level Ja, aber Er hat Stufe 3 von 19 Aber da fehlt nur so ein... Ich weiß doch was man Bei mir ist dasselbe mit dem Level System Damit ich 1 Level ab wäre Der, wie komm ich in den Battle Pass, hä? Ich will mir den doch nur anschauen Wie kann ich meinen allgemeinen Namen ändern? Nimm ruhig, ich füge jede Oh, T-D-M Wegen dem Namen kann ich mir Klartext nicht machen, weil Hätte sie lustig noch Blenden haben Boah, so ein Nuke-Ton aus der Kunde, das wär heftig Oh, Level 100 Boah, das wird durchkommens Black Ops im Map Und 3, 2, 1, let's fucking go Und... Ja Mann, Digga, warum gibt's denn 100 auf einmal? Wie hoch haben die das gemacht, du? Keine Ahnung, du Wie kann man so schnell Level 100? Egal, ich sag nix Da sind welche Hab ich... Werfe Blendengranate Platziere Mine Oben im Haus, Spook und so Deine Mutter Hab ich... Wohin Dill, die sind am Arsch Alter, wie darfst du da Waffen spielen? Die ist da mal bitte Mit der LMS Sag mal Oh, die LMS könnt ihr auch haben Die LMS... Ey, die kämpfen alle raus, ne? Ja Ja Voila Hinter mir, ja Hab ich Mit Shotgun der Schwanz nicht Nein, Höhe Der hackt! Einer hackt! Ja, der hackt! Der hackt mich selber Dieser Pains, der hackt! Echt? Woran merkt ihr das? Bruder, der hat... Das siehst du direkt, Bro? Der hat sich hingelegt, Bruder Der hat mich nicht einmal gesehen Der dreht sich ein Wie ist der? Ne, Bruder, der spielt... Bei dros Der spielt zu, krass, Bro Ey Buris, Mann Entschuldigung Hinter Danke, danke Danke dafür Boah, Junge, überall Überall Halt dich jetzt ohnehin, bei uns Ich bin wieder auseinander Wir haben irgendwie alle bessere Waffen als Zichtiger Meine S-Mine Meine S-Mine Meine S-Mine Meine S-Mine Meine S-Mine Bro, er campt am Boden Jake, er campt am Boden Ja, das ist der Typ, wo ich spiele, der hängt Der hängt nicht, der campt nur, der wartet noch bis hin Der hängt nicht, der campt nur, der wartet noch bis hin Digga, ich quitte gleich Freiflächtiger, ich geb mir das mehr mit solchen Obbys, was ist das? Digga, was macht der Typ? Bro, what the fuck? Hardline Bro, wenn... Jake ist auch die ganze Discord-Sons Nein Jungs, ich hab's gleich jetzt hier ganze Discord-Sons hier Bro, ich verkack das voll Unsere Drohnung, kreist das Gebiet Ähm, Jungs Ja? Painz hat wallhack Ja, ne? Painz hat wallhack, ja Er hat mich durch die Wand gerade beobachtet Er hackt Ja, der hat wallhack Hab ich doch gesagt, der hackt Der hat wallhackt Meldet den Ja, der hackt, der hackt Kann man den melden? Ja Ja, guck's dir an Bro Der hackt nochmal Ich melde den, ich melde den Ich melde den, ich melde den Ich melde den Guck mal, der ist halt 100 Bruder Der hackt und der ist Schott durch Wände die ganze Zeit Ich hab gemeldet Nein Lade nach Verbündete Drohne im Einsatz Feindlicher VTOL Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Painz hat Painz hat Ja logisch, logisch Oder was geht ab mit dem? Painz hat Übelst heftig Der hackt Richtig auffällig zu hören Ne ne? Ich glaub trau dich, dass man jetzt schon bei dem Spiel schon Hacks gibt Ja, okay Du ey, wallah, das ist so peinlich, ehrlich Habt ihr den gemeldet? Ja, ich melde den jetzt, digga Spieler melden, Painz Wollt ihr Painz? Er läuft durch die Map und killt ihn einfach so Cheater Warum hackt man, dinge? Was ist das hier? Er hat aber sehr nice Robolek, ja Muss man schon zugeben Trotzdem verlieren diese Scheiße Aber jetzt steht mal, wir gewinnen gerade, ne? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, weil Ein Blit der hat mich auseinandergenommen Painz Ey, könnt ihr mal achten, dass dieser Du Du Ego da wieder heilst Ob er euch nur Headshots erteilt Wenn ja, dann noch ein Hacker Mit seinem schönen Aimbot Welcher Helikonterschütze im Einsatzgebiet? Zusammenfliegen Er hat alles, digga Er hat alles, alter Er hat alles, alter Komm rein Wo unten, Painz, digga Wir haben wieder hacken Ey, dieser Duo-Cup ist nicht mit dem Hacker gedüttelt Geil, der hackt auf jeden Fall Geil, der hackt auf jeden Fall Ja, ja, der hackt extrem krank Kannst das hier nicht mal zerstören, ne? Der macht mich kaputt Abo Feindliche Drohne aktiv Gewinnen wir trotzdem? Ja, ich gerade noch Äh, jetzt gerade noch Verründete Drohne online Verründete Drohne online Digga, mir ist da Bälle Rande, Bälle war das Ja, genau Boah, ich gehe gerade richtig ab Für uns, dass ich fehlt Ja, dieser Dog, der hat einfach Aimbot dann, ne? Wir haben die Führung verloren Wir haben die Führung verloren Wenn jemand darauf achtet Hä? Aber nicht so auffällig Der hackt doch, dieser Kampfmaschine Dinger hackt die ganze Lobby? Ich habe keine Ahnung Also ich habe jetzt nur Headshots von dem Typen kassiert Und nichts, einmal was normales Ja, wir verlieren Eins, zwei Kills, ne? Wir haben verkacken Ja, wir haben verloren Wir rollen, Hackerlobby Ja, aber das wird trotzdem fast online passieren Ich habe den Mörder Am Ende Warte mal haben die kassiert Ob der gackt hat oder nicht Dinger Stell dir vor, der hätte nicht gackt Digga, weiß ich nicht Boah, 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 Boah Guck mal, er spielt sogar mit Pistole, Alter Ey, Jank, schau mal DE-Chat Was bei uns mit DE-Chat das geht Hä? Hä? Was ist passiert? Hä? Was ist bei uns mit DE-Chat? Was ist gut hier? Lol, was geht denn da ab, Digga? Lol Ey, das sind irgendwelche Leute, die sich kennen Und deshalb fragen die, ob man sich biefen kann Was ist denn das Pistole? Jank Faire Ass Hä? Was geht hier ab, Digga? Was ist hier passiert, Digga? Was ist hier passiert, Digga? Bro, keine Ahnung, Digga Egal, wie sollen die Dinger... Die kennen sich, ja? Die haben sich jetzt irgendwie getroffen oder so Egal, nichts machen Einfach lassen, Digga Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, lass Besser Oh, ist doch egal, wo weißt du? Wenn was falsch kommt, dann machen wir das schon Aber wir sehen das ja Die können ja nichts falsch machen, oder, Balle? Bilder, milder Dann Bilder und Link schicken, aber...